Hey Leute, wie im letzten Video schon angekündigt, geht es in dem Video um Leggy Items. Und ich hatte ja auch schon gesagt, ich werde ein Special rausbringen, bei dem nur legendäre Echse Einhand und Zweihand vorkommen. Das bedeutet natürlich, dass ich dieses Special zwar noch auf Waffen mitbeziehen kann, wie zum Beispiel hier einen Kriegsherrenhammer oder hier einen Kriegsherren Zweihänder, aber eben nicht vorrangig, weil hier im Prinzip die anderen Sachen fehlen werden, wie zum Beispiel Einhandachst und genau. Jetzt bin ich erstmal wieder dabei zu sortieren und die Leggies stammen vor allem aus Schmerzhaft und aus dem aktuellen Wargulf Event, vor allem dort auch vom schweren Boss. Aus ihm herausgeprügelt, das Zeug. Genau, und seht ihr, kurz erwähnt, woher es kommt, kurz noch was angekündigt im nächsten Video und schon fast ist das Ganze sortiert, ja. Also von daher geht der Aufwand eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das hier am Rest machen, zack, ja, so passt das. Genau, so ist es okay, machen wir mal los mit den Ringen. Oh, ein Ring mit 812 Crit, nicht schlecht, den hebe ich mir auf jeden Fall mal auf. So, was haben wir noch? Okay, dann Handschuhe. Das erstmal wieder zumachen. Okay, dann Waffenzieher. Schuhe. Ja, die sind auch ganz nett für Anfänger. Okay, nö. Nö. Ja, relativ gut im Dev, aber schlechter als meine jetzigen. Dann, Schuhe. Nö. Hier würde ich jetzt wirklich gerne meine Rüstungsrobe dabei haben. Ah, 11,1, verdammt. Ja, die ist ganz stabil, die könnte man jetzt zum Beispiel nicht als Markier verwenden, sage ich mal, wenn man nicht eine Damagerobe drin hat, weil nur auf Rüstung zu gehen ist beim Markier jetzt auch so eine Sache. Ja, die ist auch ganz nett, aber der Schaden ist nicht das Resultierende, sondern ich brauche ja Prozent erhöhten Schaden. Ähm, schlechter Waffenschaden, schlechter Schaden und ja. Ähm, einmal guter Schaden, einmal schlechter Schaden, einmal guter Crit, einmal mittlerer Crit. Und hier zweimal schlechter Waffenschaden und einmal gut Crit, einmal schlecht oder mittelmäßig und Crit. Genau, aber der Ring ist ganz interessant, dadurch, dass er einfach 800 hat. Wäre das für eine, wäre dieser Ring für ein anderes Bild interessant, zum Beispiel mit Kalis Amulett. Und ähm, da habe ich dann im Prinzip nur noch Blutzahn drin und den Ring. Ich habe jetzt im Prinzip schon mal, so sieht es ja aus. Und da würde ich dann einfach zum Beispiel sagen, ähm, ich tue, na, wo ist das Amulett? Im Schließfach natürlich. Das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Initiative, um mehr Crit zu bekommen. Das einzige Problem dabei ist, dass natürlich jetzt wiederum Punkte vergeben werden müssen in Sachen, äh, ihr wisst schon. So, wo dümpelt das Amulett rum? Hier. Das hat zum Beispiel 30% Crit-Schaden, da wäre ich bei 150% Crit-Schaden. Damage geht natürlich auch runter, ne? Das ist halt so. Ähm, am Ende könnte man noch, was könnte man noch machen? Wie gesagt, hier ist halt auch Crit drauf. Das ist halt das Blöde dabei. Ähm, die andere Waffenzieher hätte natürlich mehr Crit, ne? Die könnte ich im Prinzip benutzen. Ähm, muss da aber halt auch Andermand ausgeben. Und dann am Ende habe ich 30 mehr Crit. Das sind halt so dann die Sachen, wo ich sage, gut, da wartest du erstmal und guckst, ne? Genauso wie hier dann halt der Attack-Speed bei 15% liegt. Ich sage mal so, also auf Crit-Schaden konnte ich schon immer kommen. Jetzt habe ich 180% Crit-Schaden. Das sind halt so die Sachen, ne? Crit-Schaden ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und hier wurde auch mal das Aussehen geändert. Und zwar, dass es Leggy, äh, legendär hinterlegt ist. Seht ihr ja. Auf jeden Fall den Ring erstmal aufheben. Und gucken, ob ich den dann später noch verwenden werde. Genau. Jetzt sind wir bei einer schönen Länge von 5 Minuten in dem Video. Und haben im Prinzip einen, ähm, Seelenjäger habe ich sogar schon. Genau. Und ja, da würde ich mich erstmal verabschieden aus der Welt von Tragensang Online. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.